Jahrhundert es kommt zu der nächsten Folge der letzten Landwirtschaft zum Leiterung alleine und ja in der letzten Folge haben wir schon mal ein bisschen was eingekauft und ihr seht das ist ja einiges ich fange gleich schon mal ein bisschen Gras zu mähen sonst wird die Folge war zu langweilig alles einzuräumen das mache ich dann mal irgendwann wenn ich mal Zeit habe oder auch nicht um so wie durchkommt der Effekt jetzt wundert euch nicht abschalten und gucken wir mal ob das funktioniert jetzt einfach mal unten auf die anzeigen ich weiß einfach geht okay jetzt geht es mal etwas langsamer danach ist an der map weil das ist einfach 10 sekunden voll geworden und ja das ist ja nicht so in Wirklichkeit okay also hier schön lang also auf jeden fall fast 80.000 Liter und das ist super für so ein teil naja ja wie bereits vorher schon gesagt das mit dem kanal da hätte ich dann auch noch wieder machen wir mark 1 gemacht hat das mache ich hier morgen irgendwann morgen im laufe des tages wenn ich das machen und ob da warum hügelchen drin und die qualität ist einfach haben wir ja gar mit x blitz Prozent recht das hat so geil ist ja gut ja so ein bisschen runtergucken dass sie es lässt sich gleich zusammenbricht wo sie eigentlich relativ stabil ist trotzdem richter kein Risiko eingehen und ja wenn ihr mit spielen möchtet dann werbt ihr euch einfach bei meine e-mail steht nachher alles drin unten in der infobeschreibung und da werde ich dann auch ja erst mal die bewerbungen dann die modseite von dass er von dem euch das download könnt die mods wenn ich euch dann annehme ok so muss ich hier rauskomme das ist ja das ist natürlich was problem ist immer wenn man so leicht spielt dann was man moderieren soll was der ok weil so 80.000 hatte ich schon einiges mal nachher für die ganzen tiere Prozent ist natürlich schon einiges also wie gesagt haben auch wenn ihr halt stoppt er natürlich aber auch um wenn der tür noch selber maps habt ihr empfiehlt dann auch gerne mit in die kommentare am besten gleich mit link und damit ich es gleich downloaden kann ja das dazu noch mal 80.000 gas also die mods habe ich alle von einer seite hier haben wir aufgehört perfekt so hättest ähm ja spiel schön was wird an zu moderieren ja also jetzt habe ich ja einige programmen die so laufen und damit wird es auch mehr videos wieder let's place geben wenn wir keine arbeit schreiben schreiben wir zwar nichts von der stadt bedürfen aber nicht für üben dass das ergebnis fälscht ähm ja so natürlich schade ich weiß nicht ob ich euch sagen soll egal ich mache es einfach jetzt habe da keinen mutter aufzuwarten ja vielleicht haben sie einigen auch schon mitgekriegt mark und nicht werden uns trennt weil er meinte ich hätte die bessere qualität was ich allerdings bezweifle und er will halt ein youtube kann aber wir können zwar noch zusammen sachen machen wir nehmen dann auch bald auf nur er lässt es halt auf seinem kanal hoch wird aber sonntag ein video kommen ich werde das heute rennen dann noch also ich mache vier folgen ich erinnere die heute und lade die dann jeden tag hoch wenn die wenig schafft wird so muss ich dann halt an einem äh tag hat zwei schon wieder voll die super sowas so und ähm ja so so wie so bei Kassel müssen sie meinen ohne vorhörer 60.000 Liter richtig ne ne so um ich werde mal gucken ob ich nachher und nachher zwischen den folgen mal das alles zusammen Räume wenn ich dann aber erst mal gucken was ich überhaupt brauchen muss natürlich denn das ist doch hoch gemacht das hat nicht um doch das ist so gut wenn man niedrig ist klar dass wir nicht vor um kommst ja so zusammen kanal kollegen hat sich auch irgendwie so ja hat sie auch in die luft eigentlich aufgelöst der macht da irgendwie auch nicht mal mit das heißt hört ihr wisst jetzt wir zu den maturen nachher unter dem anderen namen nachher bekannte ähm aber ähm dazu dann naja wenn es soweit ist dann habe ich mal die hälfte um ich weiß gar nicht mehr was ich moderieren so ja jetzt gleich habe ich auch noch mal was zu sagen ich werde eine kleine excel tabelle anlegen wo das steht wenn jetzt also zwischen den arbeiten ist das dann natürlich auch nicht vor den arbeiten auch ich habe es liegen gelassen da war ich zu früh losgefahren ha scheiß drauf was schon ich mache jetzt erst mal die erste runde so ich pausier das mal eben kurz und dann sehen wir uns gleich wieder so jetzt bin ich wieder da muss nur noch mal kurz cutten so also nehmen wir mal eben hier das ich werde erstmal nur die äußere linie machen macht er jetzt diese meter jetzt nicht weiter ach Gott es gibt man hier spiele die bringen es manchmal echt um so märwerk abscheiden soll jetzt soll es aber eigentlich richtig sein mhm es hat mich sonst gemacht hier hier ah jetzt so so ah jetzt passt das hat schon her er wurde am liebsten Fall stummfreie Bude da werde ich dann ja ne ich ach ich muss nur im Kurzkarten bis gleich ha ha meine Eltern und fahren jetzt gerade weg am Leben alles gesagt was jetzt was ist und so weiter und so ungefähr wieder kommen so alles geregelt jetzt wird gezockt und ähm ja 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 okay dann sag ich die Moderation das muss man wenn ich was neus einfallen lassen mal äh mal schauen vielleicht wenn ich mal mit mark nochmal irgendwann nochmal ein gemeinsames video drehen wo wir nochmal alles nochmal alles zusammenfassen was jetzt eigentlich los ist so haben wir zuerst rum geschafft mit zwei knapp drei ladungen hat es aber gut ist alles zu breit ist also schon mal sagen kann okay so ein bisschen gras schon mal perfekt so so nach der Folge werde ich mal eben hier die Fahrzeuge weg um mich besser an das Dingsjahr dann komme und werde dann mal gucken ich meine ich komme nicht voran so so ich muss hier stehen ganze Karren rum ich lass es jetzt nicht so perfekt aber egal hoppla ist natürlich auch ständig neue Mods kommen ähm ich hätte noch was vergessen ne das ist die Folge fast so man ich hab alles fertig und so weiß ich nicht mal was ich letztendlich noch machen soll nein ähm ja wie schon gesagt ich bin jetzt alleiniger Inhaber anführungsstriche in einiger einiger inhaber hier von dem kanal und ähm ja weiß jetzt nicht wie ich den namen nennen soll also namensverschläge falsche taste namensverschläge bitte in die kommentare ja geil 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 weil geil 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 und auch culturally Terminiken oder spielen sie vielleicht mal spielen wollt oder siegen wollt von mir dieses Jahr auch einfach mal in die kommentare zu nói sich Wetter noch von HBO Ehve zu machen und akkar das hat das schreiben und zurücksetzen Yelp, yelp. Das ist so exzessin. jetzt sollte ich mal ein bisschen aufräumen was so ein bisschen okay gut so nehmen wir uns mal hier unseren geilen Jaguar klar was natürlich ich erzähle ja wo das Auto wir auch ein bisschen okay ach du scheiß 8 3 die Güte meine Güte wäre jetzt schon mal Schaden von mindestens 5000 Euro man hat durch die ganze Montagsversteller dann ist das mal total scharf so ja ich zeige mal im schnellen Hof wenn ich gerade kurz einräume weil das ist doch noch ein bisschen zu viel hier im Moment so sollt ihr noch ein zwei Trecker noch besorgen aber da weiß ich auch schon welche ich nehme er kommt erst mal hier rein aber so stimmig an ist auf diesem Hof der ist zwar schon groß aber er hat kein und kaum unterstellplätze sag ich mal also man muss hier wirklich gucken dass du hier schon wirklich Platz findest da passt auch komm rein dann natürlich hier unser schöner Mod Futter Mischwagen den stelle ich natürlich wie es gehört aber mein vornehmen weil ich brauchte natürlich hier zum Futter Mischen ne er für die kühle Schafe und so weiter so für hatte teilweise so das war es mit der zweiten Folge Let's Play Landwirtschaft zum Vater 2015 im Single Player ja wenn ich das Video gefallen hat denn mit Dom nach oben abonniert meinen Kanal und um auf euch geht's gut und dann sind wir zu der nächsten Folge bis dann ciao